Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video bei mir, Chaos am Daizchen. Heute gibt es Stadt-Land-Brawler-Skin und ich erkläre euch nochmal genau. Frohes neues Jahr auf jeden Fall, das Video kommt ja dann on. Wir machen heute Stadt-Land-Brawler mit Ichigo und Leon Kuhl, könnt mal Hi sagen. Hi. Hi. Und die sind heute dabei, ich hoffe die hört man gut. Und auf jeden Fall machen wir heute Stadt-Land-Brawler. Ihr wisst wie es geht hoffentlich. Also ich sag, man sagt ein Buchstaben, der wird gleich random generiert. Und wenn man, dann muss man eine Stadt mit diesem Buchstaben, zum Beispiel A, eine Stadt. Dann ein Land mit dem, mit A und ein Brawler mit A oder ein Skin halt. Brawler und Skin ist das gleiche, es gibt am meisten Punkte. Ich würde sagen, wir starten dann mal, seid ihr bereit? Ja. Der, der dann zuerst fertig ist, schreit einfach, oder sagt einfach fertig und dann darf man nicht mehr mitschreiben. So. Also seid ihr bereit? Es beginnt in 3, 2, 1. Sagt einer gleich Stopp. A. Stopp. Ist es B. Stopp. Sendet ab. Ihr müsst jetzt absenden. Ihr müsst jetzt absenden, was ihr habt. Gut. Ich weiß nicht mal, ob es eine Stadt ist. Stadt Bayern. Äh. Das ist, glaube ich, ein Bundesland. Weiß ich gerade auch nicht. Ähm. Land Brandenburg. Äh. Brandenburg ist kein Land. Fuck. Naja. Dann fahre ich noch. Ja. Brawler hast du richtig. Brawler gibt 15 Punkte. Ich habe Stadt Brüssel, Land Belgien und Bull als Brawler das Skin. Okay, dann gibt es für mich halt 15, 15, 30 Punkte für Leon Kuhl. Wie gesagt, dann nur 15 Punkte und für Ichigo leider 0 Punkte diese Runde. E. W. Oh, Stadt. Oh. Hm. 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 Statt Weißrüsselburg. Waldenburg, Land Weißrussland, Weihnachtsfeier Frank. LOL. Du hast, Leon Kuhl, du hast echt, also, Waldenburg. Das ist so fair. Ah, okay, also, ich denke, ich, Stadt Bayern, das ist, oh, wie, wie, nee, 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 das hast du schon vor. Stadt Weißrüsselburg gibt es die, ich schau, schau mal. Es wurden keine mit deiner Suchanfrage Weißrüsselburg überall einstimmte Dokumente gefunden. Nee, leider gibt es Weißrüsselburg nicht. Ich schau mal, bitte gibt es Walddorf. Wald, was habe ich mit einem? Walddorf. Hm, Wald, das ist eine Zigarettenfabrik, lol. Ah, lol, Walddorf in der Nähe von Stuttgart. Ist keine Stadt, leider nicht, ist eine Schule. Nein, leider nicht, 0 Punkte für mich. Ähm, also Waldenburg, das muss ich gerade mal schauen. Waldenburg ist tatsächlich eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, er zählt aber zur Stadt. Weißrussland gibt es, Weihnachtsfeier ist Frank. Gut, die gibt es alle. Für dich gibt es tatsächlich auch 30 Punkte und, ähm, für Ichigo gibt es, ähm, da gibt es hier Weiß, auch, na, nein, für uns beide 0 Punkte, gell? Klar. Ähm. Oh, nein. Oh, nein. Stopp, 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 stopp. Pairo. Karneval Poco Skin. Gibt es den? Gibt es den? Nein, ich glaube nicht. Nein, okay. Ich denke auch nicht, den gibt es nicht. Warte, ich muss mal gerade schauen. Ich google mal. Karneval Poco. Poco Skin. Karneval Poco Skin. Poco Brails aus Halloween. Nein, gibt es nicht. Das ist eine Idee. Gibt es leider nicht. Ähm, Land Kolumbien ist, glaube ich, ein Land. Also, ich habe Stadt Kairo. Das gibt es. Land Kroatien. Okay, dann gibt es für mich nur 5, äh, warte, wie viel? Für mich gibt es 15 Punkte, ähm, Kalf. Ist ein Land Kalf? Gibt es ein Land namens Kalf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gibt es ein Land namens Kalf, Ichigo? Ich meine schon mal, was davon gehört war. Kalf, Schweden. Kalf, Schweden? Nein, ist es nicht. Kalf ist tatsächlich ein Stadtviertel in Schweden. Aber, aber das ist leider keine Stadt oder kein Land. Okay. Ja, dann machen wir weiter. Ähm. Wie viele Punkte habe ich? Ja, das weiß ich nicht. Das sieht man dann im Video oder im M-Stand gleich. Ah, du kriegst für Dista hier, Kolumbien, Corsacolt. Ich denke, Corsacolt-Tremer mit C. Echt? Muss ich gerade mal sch- Nee, mit K richtig. Gut. 15 Punkte. Kolumbien gibt, ähm, 10 Punkte. Das sind 25 Punkte für Leon Kuhl. Echt? Ich sag, ich sag A und jemand sagt Stopp. A. Stopp. M. M. Ja. Okay, na. Gut. Oh mein Gott. Oh, er hat mich geschickt. Ja. Stopp, ma- Ich hatte Marokko im Kopf! Nein, ich hab gut raus. Ma- Malediven. Oh, okay. Stadt Marokko. Ist Marokko ne Stadt? Nein, ich hab gut raus. Oh, nein. Marokko ist ein Land. Vivien gibt 10 Punkte. Ähm, und der Brawler ist auch richtig. 25, 25 und ich habe Mazedonien. Das ist richtig, würde ich mal sagen, 15. Äh, nee. 10 und für Brawler auch 15. Das heißt auch 25. So, weiter geht's. Ähm. Stopp. N. N. Also nö. Wie lange haben wir noch? Stopp. Stopp. Wow. Junge, ist es... Nussknacker Gale? Oh, nein. Wie konnte ich so lost sein? Nussknacker Gale. Nein. Warte, gibt es ein Land, das heißt Negro? Nein. Gibt es eine Stadt, die heißt Napoli? Ja, natürlich in Italien. Napoli gibt es tatsächlich, ja. Ne, es gibt, es gibt nur Montenegro, aber nicht Negro. Nein. Ah. Ah. Gut. Dann 0 Punkte für mich, 0 Punkte für Ichigo. Ähm. Napoli, Norwegen. Muskel. Ja. Für dich gibt es 30 Punkte nochmal. Ey, als ob. Junge. Jetzt habe ich auszusehen. Google macht, nein. Ausmachen. So, ich habe jetzt, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob das zählt. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Abschicken. Statt, ah ja, Onkel Klaus, Olaf. Ah ja. Statt Osmanien. Das ist, das ist Öl. Ja, stimmt. Ja, gell? Ja, Österreich zählt nicht. Osmanien, Osmanisches Reich. Das heißt Osmanisches Reich, aber ich gebe dir den Punkt trotzdem. Wegen. 10 Punkte. 10 Punkte hast du. Glückwunsch. Also, Oldenburg, weiß ich nicht, ob es es gibt, aber ich habe irgendwo schon mal das geholt. Oldenburg. Oldenburg, Stadt in Niedersachsen. Ah, doch, Oldenburg gibt es hier. Sogar in Deutschland. Gut, Oldenburg gibt es, gibt für mich nur 5 Punkte. Ichiko 10 Punkte und Leonkul 0 Punkte. Stopp. Ha. Ha? Alter. Stadt. Was habe ich für diese Büchstaben? Büchstaben? Wer kennt es nicht? Heute hat das Einfeld bei Langen mit Haar. Mir fehlt. Jetzt habe ich. Stopp. Hilfe rein, Penny. Wir haben alle Hamburg. Nee. Für uns gibt es nur 2 Punkte wegen, ne 5 Punkte wegen doppeltes Hamburg. Hm. Also 5 Punkte für uns Heiden. 20 Punkte habe ich. Ist ein Land, gibt es ein Land, das heißt Heiden. Heiden. Keine Ahnung. Heidenburg. Heidi gibt es. Heidi gibt es, aber nicht Heiden. Nein. Oh nein. Also, ähm. Hilfe. Hilfe. Hilfe, nein, Penny. Wie konnte ich das nicht wissen? Oh. Haldenburg. Gibt es Haldenburg? Keine Ahnung, nur wir raten. Nee, leider nicht. Das ist ein Gedenkpark in Schwab, München. Das ist keine Stadt. Haldenburg. Ist keine Stadt, ist nur ein Gedenkmal in Schwab, München. Leider. Das gibt für dich bei Stadt 0 Punkte. Bei Holland gibt es 10 Punkte, bei Boala 15 Punkte. Aha, es war 25 Punkte. Damit steht eigentlich der Sieger fest. Und, äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lass ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.